Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tagesglück am 15. Dezember 2018. Mit diesem Begriff Tagesglück möchte ich das ansprechen, dass wir bewusster leben sollen, mal zehn Minuten lachen im Tag oder mal zehn Minuten zur Ruhe kommen, fühlen wir uns sofort besser. Und dass wir im Einklang sein sollen mit der Natur und so bleiben wir im inneren Gleichgewicht, in inneren Harmonie. Dazu ist sehr wichtig die vier Grundelemente, Feuerelement, Erde-Element, Luft-Element und Wasser-Element. Und wie ist die Einfluss von Sternen, von Sonne, Mond und Sternen? Das schauen wir an und wir gleichen das aus. Das ist eine Wandlung, das ist eine ständige Veränderung. Sonne ist im Grenzbereich, befindet sich bei Sonnenaufgang noch im Tierkreis-Seiten-Skorpion, aber jetzt übergeht langsam im Tierkreis-Seiten-Schütze. Ich setze Sonne hier im Grenzbereich. Zwischen Skorpion und Schütze verdreht Wasserelement und übergeht im Feuerelement. Mond befindet sich bei Sonnenaufgang im Tierkreis-Seiten-Wassermann auch im Grenzbereich. Noch im Wassermann übergeht aber im Tierkreis-Seiten-Fischen, also ändert sich die Element. Das ist eine Bewegung. Mars befindet sich im Tierkreis-Seiten-Wassermann, gehört zum Luftelement. Merkur befindet sich im Tierkreis-Seiten-Skorpion, gehört zum Wasserelement. Jupiter befindet sich auch im Skorpion, gehört auch zum Wasserelement. Venus befindet sich im Tierkreis-Seiten-Waage, gehört zum Luftelement. Und Saturn hält die Energie zusammen, erdet, belehrt uns. Also ich stelle Saturn in die Mitte. Saturn bewegt sich nach indischen Berechnungen im Tierkreis-Seiten-Schütze. Also die Energie fließt in eine Richtung und das ist dann die Feuer-Element. Momentan ist noch betont die Wasserelement. Das heißt, wir nehmen unseren Gefühlen intensiver wahr oder wir reagieren nach Gefühl. Das kann auch Wut oder Aggression natürlich auch bedeuten. Und wir brauchen etwas. Brauchen wir die Ausgleiche und das ist die Erde-Element. Und das ist die Bodenständigkeit, die Realität, die Sicherheit und Stabilität, auch ein gewisser Schutz. Und hier fehlt dieses Gleichgewicht. Also wir sollen als Ausgleich auf die Erde-Element konzentrieren und auch die Feuerelement betonen. Vor allem heute ist Halbmond und Halbmond ist immer eine Spannung. Das heißt, Sonne und Mond stehen in Spannung und das ist spürbar. Nervosität, Unruhe, Ungleichgewicht, Unsicherheit, das was bei Halbmond spürbar ist. Sonne befindet sich noch im Skorpion, Wasserelement, Mond, in Tierkreis zeichnen Wassermann, Luft-Element, unserem Planet Erde, in Tierkreis zeichnen Stier, das ist ein Erde-Element, also unserem Planet Erde, befindet sich hier im Tierkreis zeichnen Stier. Es fehlt die Feuerelement. Also von Halbmond-Position aus fehlt die Feuerelement. Das Wörter bedeuten, aktiv zu sein, etwas in Bewegung setzen, all das, was uns begeistert, dann können wir schon mal die inneren Gleichgewicht finden und all das, was uns begeistert, nicht nur aktiv sein, sondern im Tat umsetzen, damit das Realität wird. So schaffen wir dieses Gleichgewicht. Und das war mein heutiges Tagesglück. Aber ich habe noch diese Engel-Energie. Das wird zugeordnet. Die Kabbala beschreibt das ganz genau. Die heutige Engel ist Engel Asaliach, Engel die Weisheit, Engel die Wahrheit, Engel die göttlichen Gesetzursache und Wirkung. Sorgt dafür, dass die Wahrheit ins Licht kommt, stärkt unsere Intuition, offenbart Wissen über Sternen und hilft uns bei mystischen Erfahrungen, ist zu Merkur zugeordnet, ist zum Wasserelement zugeordnet und zum Skorpion, zum Tierkretzeichnen, Skorpion zugeordnet. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen bei diesem kurzen Info-Video. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahre Geheimnisse, die Raunechte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben. Es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen. Es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zum Erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen in diesem kurzen Info-Video. Ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich. Und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt euren Lebenssituation. Auch was wollt ihr verändern, verbessern. Ob das beruflich ist, oder finanziell, oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft. All das, was euch gerade beschäftigt. Auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Ohrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten. Passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus ein Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu. Zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sterne soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen. Die weiblichen Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zum Nützen für euch persönlich oder wollt ihr jemanden beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at dendera susannamedici.com Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist dendera susannamedici. Deine Diagnose Däver Deine Däver Deine Däver Deine